Ich liebe Livemusik. Ich finde es gut, wenn nicht so viel vom Band kommt und hauptsächlich live gespielt wird und ja, das ist cool. Es sind ja auch viele Leute hier, es sind bekannte Leute hier und wo ich mich sogar freue, Leute zu sehen, zum Beispiel Bosnaus, wie man sieht, super Musiker. Ich glaube, Frankfurt kann stolz sein, dass der Live Entertainment Award hier ist. Bis zum nächsten Mal.